Ja, da wären wir wieder mal zurück zu einem kleinen weiteren Infovideo. Es gab ja letztens schon mal so ein kleines Infovideo zu den neuen Projekten und der Vanilla Minecraft AP Pause. Ich habe ja natürlich jetzt wieder, es ist natürlich keine komplette Pause, wie ihr ja auch wisst. Also die kommen jetzt nur ein bisschen seltener, die Videos und so weiter. Aber darum soll es hier auch gar nicht gehen. Ich möchte hier ein bisschen über die anstehenden Projekte Flatter 2 und Feed the Beast noch schon ein bisschen sprechen. Und zwar Flatter 2 wird wahrscheinlich irgendwann im Februar erst anfangen. Ich hatte ja dieses Umfragevideo hochgeladen. Ja, allerdings haben da nicht so viele Leute mitgemacht. Deswegen entscheide ich jetzt einfach mal für mich, es wird ein Let's Play geben im Februar für Flatter 2. Ich weiß aber auch noch nicht, wie genau ich das mache. Das werde ich dann wahrscheinlich irgendwann nochmal erwähnen in einem kommenden Video nebenbei. Jetzt wollte ich aber auch erst mal ein bisschen reden über das Feed the Beast Let's Play, das ja zur Zeit läuft. Also ich habe jetzt schon ein bisschen vorproduziert. Alles noch im alten Jahr, am 30. habe ich ja noch eine längere Aufnahmesession dazu gemacht. Bis Folge 19 und dann müsst ihr jetzt entscheiden, wollt ihr jetzt mit Folge 20, dass ich mit einer neuen Map anfange oder wollt ihr, dass ich da weitermache. Das wäre mal schön, wenn ihr das jetzt mal in die Kommentare schreibt. Ähm, ja, wenn es wieder so wenige Sinne da mitmachen, dann werde ich das auch für mich entscheiden. Bis 7. Februar, wenn ich das so ausgerechnet habe, kommt jetzt alle zwei Tage immer ein Video davon. Dann sind meine Vorräte aufgebraucht und ich brauche neues Material. Okay, äh, da würde ich sagen, wäre es das auch schon gewesen. Viel Spaß noch auf meinem Kanal. Morgen kommt das nächste Video zu Megaprojekt, oder? Ich weiß es gar nicht. Mittwoch? Doch, doch Mittwoch kommt das nächste Video. Genau. Dann bis dahin und macht's gut.